Wünsch dir was! Die 886 Wünsch dir was Spende. Der 13-jährige Julian leidet an einer seltenen Stoffwechselkrankheit. Big Typ C, also diese Krankheit, ist eine Generkrankung, was mit 6. und 7. Lebensjahr losgehen kann und ist eine Alzheimererkrankung bei Kindern. Julian muss rund um die Uhr gepflegt werden. Seine Familie hat einen Traum, den sie Julian gerne erfüllen möchte. Ein großes Ziel und ein großer Wunsch wäre halt die Delfin-Therapie. Und die ist halt, sei für mich nicht finanzierbar. Und das sind ja noch andere Nebenkosten wie im Auto. Wir haben ja auch ein anderes Auto schauen müssen, ein großes, wo man mit dem Rollstuhl hinten hineinfahren kann, der ganze Umbau. Das kostet halt alles leider Geld. Helfen wir Julian und seiner Familie gemeinsam. Die 886 Wünsch dir was Spende. Jetzt auf Radio 886 AT.